was ist einfach zu nicht ich sehe nichts es sind zwei zerber russ jetzt waren navy briggs und niagara also nächstes mal können wir auf 152 jetzt bleiben wir bei kanonen coolen oder gehen wir auf chain ich schicke meine ingamer land auf die niagara was sind die zerberusse die sind sogar zwei schiffe weniger als wir ich sag's dir mein schiff ist stärker als deins wenn du mich rammen solltest oh ja stimmt man ist ja nicht unsichtbar was für target hast du noch früh genug gewarnt perfekt ich habe mir glaube ich kann selbst schaden zugefügt ich habe mir gerade selbst schaden zugefügt was nehmen wir als ziel ich nehme die mittlere zerberus ist die nummer 5 also den chris pulou waren und den johannes pace ich kann nicht vorne schießen ich war dann nur mich selbst auf schaden wir bitte ich mache eine starke rechtswinde ich mache links und und Oh, das ist gut. Das war's für heute. Oh, der eine brennt. Oder? Schaut nur so aus. Es klappt ein bisschen viel. Ach, die borden sich gegenseitig. Okay. Wer? Die kaputte Rattlesnake und die Niagara. Schreib mir mal die Niagara weg. Schreib mir mal das. Schreib mir mal das. Dann stellen wir deine Rettestack auf Retrieve, Mark. Wieso? Die hat keinen Pummspritt mehr. 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 Das war's für heute. Was ist das? Untertitelung. BR 2018 Das war's für heute. 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 I'm back. Das war's für heute. 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 Ich will. Das war's für heute. Das war's für heute.